möglichst planlos im Idealfall, dann kann ich euch hier hochziehen und ihr rückt zurück, so. Achja, der ist noch nicht repariert, kein Geld. Ja, Sir. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Melde mich wie bestätigt. Wieso? Wie kann das sein, dass der hier, dass der bis hier reinfährt? Um zu reichende Finanzmittel. Unser Stützpunkt wird angekündigt. Ja, Sir. Stetigt. Aber haben wir hier Befehle. In Ordnung. Die haben den hier ernsthaft bis da reinfahren lassen, ne? Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Ja, Sir. Wird repariert. Spionage-Hugzeug bereit. Kommen ja immer mehr und immer mehr und immer mehr. Einheit repariert. Hier, Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Wird gebaut. Ja, Sir. Bestätigt. Also, ernsthaft. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. Alter. Bestätigt. Unzureichende Finanzmittel. Ja, das war klar. Erwarte Ihre Befehle. So, genau. Ja, Sir. Mit dir fange ich jetzt mal an. Melde mich wie befohlen. Jetzt fliegt er da hoch. Ich möchte, dass du das Ding hier angreifst. Und dann greift drei das hier an. Jetzt muss drei schneller sein hier. Komm. Was ist das Ding wieder repariert hier? Nein. Nein. Ah, ich brauche. Super. Was? Ja, klar. Ich möchte schauen zu, wie sie hier vernichtet werden. Das würde ich tun. So. So. Hier, zurück. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Einheit. In Ordnung. Wird gebaut. In Ordnung. Wird gebaut. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. 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 In Ordnung. So. Wieder mal eine Runde zumindest. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Na, jetzt geht dann gleich der Krieg ums Tiberium hier drüben los. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Melde mich wie befohlen. Die mache ich mal zu vier. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja. Jetzt müssen wir mal noch das Ding hier fertig kriegen und ein Jagd brauchen wir dann noch. Wird gebaut. Also, karp mal Geld ran, Freunde. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Erstmal voll machen hier, bevor ihr da wieder wegfliegt, Mann. Das haben wir hier oben noch. Schauen wir mal schnell rein. Da ist der Schattengenerator. Und schwupp ist schon wieder alles weg. So. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Ich möchte den jetzt nicht verlieren hier. Ziel wählen. Verstärkungen sind eingetreten. Unzureichende Finanzmittel. Und zureichende Finanzmittel. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Melde mich. Einheit bereit. Wird repariert. Bestätigt. Konstruktion. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Oh, Shit. Das auch noch. Äh, wo ist denn hier Saft hier da? Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Wir schlagen jetzt einfach genauso zurück, würde ich mal sagen. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Komm, ihr kriegt ihn. Aber was ist hier bestätigt? Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. 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 In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Ja, Sir. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Geh du mal schon auf die Reparaturplatte, bitte. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt in Ordnung. Bestätigt in Ordnung. Bestätigt in Ordnung. Bestätigt in Ordnung. So, der ist auch erledigt. Konstruktion abgeschlossen. Jetzt brauchen wir wieder Strom. So. So. Wie sieht es hier jetzt aus? Drei. Vier ist der hier oben. Okay, dann machen wir drei. Und dann passt mir das. So. Achso, jetzt ist es eigentlich egal. Jetzt habe ich keine Explosion mehr. Jetzt schauen wir mal, ob wir den klein kriegen. Yes. We got it. Okay, den haben wir. Einheit verloren. Ja, Sir. Einheit repariert. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. So, der ist repariert. Dann leere dich mal schnell aus, bevor du weitersammelst. Ja, Sir. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Ihr Einsatzfahrzeug. Ihr seid jetzt alle drei. Wo haben sie denn Waffenfabriken? Hier ist eine. Bestätigt. Die holen wir uns jetzt mal. So läuft der Hase, Freunde. Ja. Ja, Sir. Jetzt können sie nämlich zumindest schon mal keine weiteren Panzer bauen. Und im nächsten Zug holen wir uns deren Cyborgfabriken. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Komm, einfach drüberfahren. Geht schneller. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. 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 In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Melde mich wie... Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Erwartet ihre Befehle. Ja, Sir. Die beiden sollten sie vielleicht auch noch reparieren. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Wird repariert. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. So, jetzt holen wir uns mal die zwei Bunker hier. Ziel wählen. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir. Ja, Sir. Mhm. So, der Sting muss als nächstes dran glauben. Können wir mal hier nochmal schnell reinschauen. Einheit repariert. Ja, Sir. Okay, da ist bloß tatsächlich der Schattengenerator. Ja, Sir. Ja, Sir. Und die greifen schon wieder unseren Sammler an. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Erwarte ihre Befehle. Die gehen mir auf. Sack. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. So, was macht mein Dreier-Kompetenz-Team? Okay, der eine müsste ein bisschen repariert werden wahrscheinlich. Äh, wo sind wir denn hier? Ja, Sir. Wo fährt der denn hin? Bleibt doch mal hier. Erwarte ihre Befehle. Ohne dem hier greifen wir jetzt mal das Ding hier an. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Erwarte ihre Befehle. In Ordnung. Ja, Sir. Ich lasse vielleicht erstmal den hier reparieren. Mal voll aufmunitioniert sollte er sein. Das heißt nämlich, ich kann den dann direkt von der Reparaturplattform starten lassen. Ist aber schnell gegangen. Schauen wir mal, ob das schon reicht, um die Mission hier zu beenden. So, sollten gleich eintreffen unsere Fliegerleinchen. Sehr gut. Wunderbar, jetzt müssen wir die ganzen restlichen alliierten Einheiten und Gebäude noch zerstören. War klar. Aber das kriegen wir jetzt auf jeden Fall auch noch hin. So, ihr stellt euch schon mal da rüber. Ah, da. Das gibt's doch nicht, ey. Dass die hier immer anlanden. Komm, einmal drüberfahren. Oh, das ist ja wunderbar. Was bildet sich der hier eigentlich ein? So. Oh. 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 Unzureichende Finanzmittel. Ein Teil bereit. Bereit zum Einsatz. In Ordnung. So, das ist jetzt mal ein Stoßdruck 2. Hier. Der Ameisenhaufen da. Hier greift wir jetzt erst mal den da an, bitte. Klar, Fahrer vorbei. Stoßdruck 2. Werde mich wie befohlen. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. So. Druck Nummer 2. In Ordnung. Den hier bitte. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Und dann den Panzer. Ja, Sir. In Ordnung. Einheit verloren. Ja, Sir. Ja, in Ordnung. Melde mich wie befohlen. Sofort. Natürlich. Wird repariert. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Sofort. Einheit verloren. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Einheit verloren. Melde mich in Ordnung. Einheit repariert. Erwarte Ihre Befehle. Sofort. Ja, Sir. Melde mich in Ordnung. Besteht auch in Ordnung. So. Bereit zum Einsatz. Natürlich. Natürlich. Jetzt geht's aufwärts. Ja, Sir. Einheit verloren. Ja, in Ordnung. Einheit verloren. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Bereit zum... In Ordnung. In Ordnung. Der fährt schon ganz verzweifelt hin und her. So. Wunderbar. Äh, Refinerie. Na gut. Den Sammler haben wir ja zerstört. Dann machen wir mal den Panzer hier. Na, komm her. Zieh sofort. Ja, Sir. Der Dreier-Trupp soll ja aufgeladen sein. Der greift nochmal die Verteidigungsanlage hier an. Ja, natürlich. Ach, schau an. Ich hab sogar Verstärkungen. Bereit zum Einsatz. Ja, Sir. Einheit verloren. Ja, Sir. Was haben wir hier denn eigentlich noch? Ach. Okay, da müssen wir auch noch aus der Luft angreifen dann. Oder mit den Panzern, das sehen wir schon. Dann machen wir erstmal die ganze Infrastruktur kaputt hier. Die Gebäude weg da. Einheit verloren. Und hier spielt es mir auch ehrlich gesagt keine Rolle, ob ich Einheiten verliere oder nicht. Weil die haben mir ja erstmal nichts gekostet. Na. So. Dann marschieren wir mal hier rüber. Sofort. Was haben wir hier hinten noch? Ach, Kraftwerke. Sehr gern. Sofort. Na, komm, weiter. Weiter. Nicht so langsam hier. Seid ihr wohl nicht schon müde hier. Außerdem seid ihr Roboter. Das interessiert doch nicht. Ihr müsst schneller laufen. Kann man die mal bitte umprogrammieren? So, jetzt haben wir das Ding hier kaputt. Na, lassen wir den letzten hier vorn mal drüber jagen. So. Melde mich wie befohlen. In Ordnung, Sir. In Ordnung, Sir. Ja, sehr gern. Einheit verloren. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Einheit verloren. Ja, Sir. Ja, in Ordnung. Einheit verloren. Ja, Sir. In Ordnung. So, jetzt kommen wir. So. Bereit zum Einsatz. Ja, in Ordnung. Hier hinten komme ich glaube ich auch nur mit Fliegern ran, oder? So, in Ordnung. Bin mir gerade gar nicht mal so sicher, ne? Vielleicht hier auch so. Dann schauen wir mal. Ja, in Ordnung. Ich denke, das klappt doch alles ganz wunderbar. So, der Einzeltrupp, der läuft jetzt mal hier in den Schatten hoch. Fährt immer in den Schatten hoch. Ja, Sir. Mein zweier Spezialeinheiten-Trupp, der läuft da rüber. Dann greift mir das Ding mal an. Was machen die? Die sind vollgeladen. Das ist sehr schön. Dann greift ihr das Ding hier an. Ja, da haben wir auch noch irgendwo eine Einheit, die sich versteckt hat. Hallo? Hallo? Besteht ihr euch vielleicht mal? Ja, Sir. Hier, Einsatz. Gewartet ihre Befehl. In Ordnung. Bereit zum Einsatz. So, das haben wir ausgeschalten. Dann können wir mal noch hierher. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Bereit zum Einsatz. Jawohl. So. Das Ziel vor Augen, Freunde. Das werden wir jetzt gleich haben hier. So, hier. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Bestätigt. Spionageflugzeug. Bestätigt. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Ja, in Ordnung. Ja, sehr gern. Ja, in Ordnung. Ja, natürlich. Ja, sehr gern. So, jetzt können wir mal zugucken. Sehr gut. Ja, und was macht mein Einsatz? Der repariert hier tatsächlich noch dieses Kraftwerk. Ich flippe aus. Aber der Einsatz ist erfolgreich, Freunde. Ja, und was macht mein Einsatz? Hier kommen sie angefahren, die Panzer. Okay, Führung 40 Prozent, Effizienz 4 Prozent. Das ist natürlich eigentlich schon fast traurig. Ähm, Verluste. Ähm, Verluste. Wie sieht's aus? Wir haben, uh, 91 zu 322 Einheiten verloren. Ha, ei, 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 ei. Aber ich hab mir immerhin den vierten Platz ergattert. Cool. So. Das machen wir mal so. Ich blende mich nochmal ganz kurz ein, denn ich sag an dieser Stelle erstmal Ciao. Äh, machen wir eine kleine Aufnahmepause. Danke, dass ihr dabei gewesen seid bei Command & Conger. Das muss ein R sein hier, bitte. Danke. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal bei Command & Conger. Alarmstufe Rot. Vielen Dank. Bis dahin. Zum nächsten Mal. Ciao. Servus. 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 Servus.